Nachdem sich eben herausgestellt hat, dass es ein Erfolg war, hat Jean-Paul folgendermaßen darauf reagiert. Erweitere sofort deinen Aktionsradius. Das heißt, raus aus dem provinziellen Hof, ab in die Kutsche und nach Weimar fahren, wo das literarische Zentrum der damaligen Zeit gewesen ist und in Weimar versuche, möglichst viele interessante Leute kennenzulernen. Das ist ihm auch deswegen gelungen, weil seine Fans im Wesentlichen weibliche Leserinnen waren. Es waren Damen aus dem Adel, die absolut begeistert waren von diesem Buch und die gesagt haben, komm bitte nach Weimar und wir werden dich allen wichtigen Leuten vorstellen. Das war vor allem Charlotte von Kalb, die Freundin Schillers, die ihn nach Weimar geholt hat und ihn überall eingeführt hat, also bei Goethe, bei Schiller, überall. Und Jean-Paul, der noch ein halbes, dreiviertel Jahr vorher mehr oder weniger unbekannt war, war plötzlich auf allen Bühnen zu Hause. Und die nächste Devise ist natürlich, wenn man diesen Erfolg erzielt hat, muss man sich in der Branche sozusagen etablieren. Wie mache ich denn das? Halte Kontakte aktiv aufrecht. Jean-Paul hat zigtausend Briefe geschrieben. Die füllen heute sieben Bände, a etwa 600 Seiten, sind aber meistens nur Auszüge von Briefen, nämlich das, was er selber in sein Briefkopierbuch reingeschrieben hat. Er hat also immer geguckt, was habe ich denn jenem geschrieben. Die wesentlichen Fakten hat er festgehalten, damit er sich auch wieder darauf beziehen kann. Also auch da war er ein sehr kluger Chronist seiner selbst. Ich denke, er hat etwa 20.000 Briefe geschrieben in der damaligen. In der damaligen Zeit ist das enorm viel. Aber er hat, denke ich, sofort realisiert, es ist wichtig, ein Beziehungsnetz aufzubauen und bei den Leuten im Gedächtnis zu bleiben. Das nächste ist, er hat die verschiedenen Branchenstreitereien, die Rivalitäten, insbesondere die zwischen Goethe und Herder bestanden, Goethe-Schiller einerseits, Herder und Wieland andererseits. Nehme darin nicht aktiv Partei, sondern zeige zwar deine Sympathien, die eindeutig bei Herder und Wieland gewesen sind, aber halte auch Kontakt zu den anderen, insbesondere aber auch zu den jungen Schriftstellern, die natürlich sofort dann zu ihm kamen, nachdem er den Erfolg gehabt hat. Sei also eine Art von Ansprechperson. Und tatsächlich ist Jean-Paul einer der ganz frühen Netzwerker des Literaturbetriebs gewesen, der eigentlich fast jeden kannte und eigentlich keine größeren Streitereien hatte. Mit Ausnahme eines einzigen Journalisten hat er sich mit niemandem eigentlich dauerhaft angelegt. Ja, im Gegenteil, er hat Freundschaften gesucht. Und das ist in einem Gewerbe, wo ja lauter Einzelkämpfer unterwegs sind, eine ziemlich mutige Sache. Hinzugehen und zu sagen, nein, ich suche wirklich Freundschaften. Und er ist befreundet gewesen mit Autoren, die ganz, ganz anders geschrieben haben als er. Und weil er offensichtlich so eine große persönliche Ausstrahlung und Verbindlichkeit besessen hat. Ja, und dann natürlich nach dem ersten Erfolg, sofort weitermachen. 1795 hat er den Hesperus publiziert. Dann ist innerhalb eines Jahres hat er vier weitere Bücher publiziert. Einen großen Roman, der Siebenkäse, mein Lieblingsbuch, falls also jemand mal einsteigen will. Und dann noch drei weitere Bücher. Biografische Belustigungen unter der Hirnschale einer Riesin. Das ist doch ein schöner Titel. Oder Quintus Fixlein, das ist die Geschichte eines fünften Lehrers. Und er hat auch darin etwas gemacht, dass er wirklich seinen Personalstil sofort hatte und beibehalten hat. Er ist also ein unverwechselbarer Autor. Wenn Sie Jean-Paul mal ein bisschen gelesen haben und Sie werden irgendwo sonst mal auf einen Satz stoßen, der von ihm ist, ohne dass Sie es wissen. Sie werden ihn erkennen. Das ist eine Begabung, die nur ganz, ganz wenige Leute haben, die aber daher rührt, dass man nicht der Konvention hinterher schreibt, sondern der eigenen Originalität wirklich vertraut. Und ich habe das dann in das Stichwort gefasst, Strebe Markenbildung an. Wenn Jean-Paul jetzt hier wäre, würde er mich wahrscheinlich anfauchen und sagen, was ist das für ein Unsinn. Aber es ist tatsächlich so, dass er eine Art Marke geworden ist. Er war sehr, sehr präsent. Also er war permanent mit irgendwelchen neuen Publikationen da. Er hat seine stofflichen, also seine Themen permanent erweitert, ist aber in der persönlichen Eigenart immer absolut der gleiche geblieben. Und ich denke, das macht eine interessante Marke aus, dass man weiß, von der persönlichen Grundstruktur ist das immer konsistent, aber man ist auch neugierig, was da permanent Neues dabei rauskommt. Und nur so funktioniert das, dass die Leser auch die weiteren Bücher immer alle haben wollen. Sie wissen, sie reden mit dem Jean-Paul in gewisser Weise und er ist aber trotzdem permanent irgendwie ein anderer. Und ich denke, wie wertvoll eine Marke ist, das weiß jeder. Sie erleichtert unglaublich die Kommunikation und heute natürlich, sie ist enorm kostensparend, weil man sozusagen die Marke dann kennt und dann die Produkte nur noch daran aufhängen kann. Damit das überhaupt funktioniert, insbesondere bei einem Autor, darf sich die Person nicht von dem Werk allzu sehr unterscheiden. Der Autor muss die Inhalte seines Werkes auch im persönlichen Auftreten verbürgen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Qualität und ich habe in meinem literarischen Leben schon sehr viele Autoren kennengelernt. Und ich habe sehr häufig die enttäuschende Erfahrung machen müssen, dass viele Autoren ihr Werk, das ich zum Teil verehrt habe, nicht in der Person verbürgt haben, sondern dass sie arrogant waren, dass sie eitel waren, dass sie persönliche Wichtigtuer waren, und es ist nichts schwieriger, glaube ich, in der Literatur, als diese Identität von Werk und Person tatsächlich zu leben. Und bei Jean-Paul hat es auch wirklich erwiesenermaßen funktioniert, und zwar weil sehr viele Leute zu ihm gekommen sind. Also es gehörte nach einer gewissen Zeit dazu, als er dann in Bayreuth lebte, wer nach Bayreuth kam, machte einen persönlichen Besuch bei Jean-Paul, genauso wie bildungsbeflissene Leute, wenn sie nach Weimar kamen, einen Besuch bei Goethe gemacht haben. Und es gibt sehr zahlreiche und unglaublich spannende Berichte von diesen Leuten, die immer wieder überrascht waren davon, wie unprätentiös und direkt und offen Jean-Paul ihnen entgegengekommen ist und wie er tatsächlich interessiert gewesen ist an der Reaktion seiner Leser. Und sie waren vor allem immer überrascht darüber, dass er bescheiden geblieben ist. Also dass er kein Dichterfürst geworden ist, sondern dass er wirklich ein ganz partnerschaftliches Verhältnis, ein ganz dialogisches Verhältnis zu seinen Lesern entwickelt hat. Dann noch etwas. So hat Jean-Paul ausgesehen, als er den Hesperus geschrieben hat. Er hat es als eine Verunglimpfung seiner Person empfunden. Aber er hat nicht darauf reagiert. Ich habe das in die heutige Zeit übersetzt. Kümmere dich nicht um verunglimpfende Darstellungen in Medien. Es ist dann später auch von einem früheren Schulkollegen aus Hof eine ganz üble Schmähschrift über ihn geschrieben worden. Und da hat er nur gesagt, lass es laufen, nicht darauf reagieren. Hat auch seinen Freunden gesagt, nicht darauf reagieren, einfach stehen lassen. Also keine narzisstische Kränkbarkeit bitte. Zum gesellschaftlichen Auftreten. Jegliche Beflissenheit gegenüber Konventionen ablegen. Möglichst spielerisch und ironisch mit ihnen umgehen. Das wird alle Leute entspannen. Man wird ihn gerne haben als Gesprächspartner. Man wird sich befreit fühlen. Insbesondere sogar Standespersonen. Im Verhalten ist noch eines sehr wichtig von erfolgreichen Leuten. Lasse andere an deinem Erfolg teilhaben und lass sie davon profitieren. Also mach nicht alles alleine. Jean-Paul ist ein Genie der Freundschaft gewesen. Er ist ja dann relativ vermögend gewesen, auch daran teilhaben lassen. Er hat sehr, sehr enge Freunde gehabt, insbesondere zwei. Christian Otto in Bayreuth und Emmanuel. Das war ein jüdischer Bankier. Das ist eigentlich sein engster Freund gewesen. Dem hat er das ganze Geld zur Verwaltung überlassen. Und ich glaube, zwischen denen hat es nie eine schriftliche Vereinbarung gegeben. Auch nur über irgendetwas. Sondern die Kraft des Vertrauens hat ausgereicht und war viel, viel wesentlicher als irgendein Stück Papier. Dieser Emmanuel hat ihm, wie gesagt, das ganze Geld verwaltet. Das war für Jean-Paul wichtig. Das ganze tägliche Geldgeschäft abgeben. Delegieren. Mag ein anderer davon auch verdienen. Mich auf meine eigenen Ideen konzentrieren. Aber gegenüber Geld Respekt bewahren. Also Jean-Paul hat sehr früh interessante Gedanken über Geld angestellt. Und hat das als eine Art selbsttätiges Abstraktum erkannt. Und hatte großen Respekt vor der Eigengesetzlichkeit des Geldes. Und deshalb hat er die ganzen praktischen, aber nie die strategischen Fragen in seinem Vermögen delegiert. Und er hat relativ viele Leute gehabt, die ihm auch gesagt haben, was er vielleicht mit seinem Geld tun sollte. Und er hat ihnen aber nie getraut. Also diesen letzten Satz, der ist nun wirklich gegen die Beraterbranche gerichtet, wenn Sie es wissen wollen. Er hat nur mit Leuten geteilt, die auch das Risiko auf sich genommen haben. Dann ist natürlich auch die Frage, wenn man den Erfolg konsolidieren will, treten sehr, sehr viele Leute an ihn heran. Als Jean-Paul dann älter geworden ist, sind x Verleger gekommen und haben gesagt, wir wollen das Gesamtwerk veröffentlichen. Und Jean-Paul hat gezögert, hat auch häufig im Übrigen Romane angekündigt und wenn sie noch nicht fertig waren, hat sie nicht unter Druck fertig gemacht. Er hat gewartet und hat die Dinge nicht voreilig aus der Hand gegeben. Und ganz besonders galt das für sein Gesamtwerk. Der Erste, der ihm eine Honorarofferte gemacht hat, hat 15.000 Reichsthaler geboten. Der Zweite hat 25.000 Reichsthaler geboten. Und der Dritte, der es dann gekriegt hat, hat 50.000 Reichsthaler geboten. Also manchmal muss man, um geschäftlich Erfolg zu haben, warten können. Und Jean-Paul hat gewartet und hat sich erst entschieden, als er ein gutes Gefühl dabei hatte. Letztes Kapitel. Wir wissen, er war ein Arbeitstier. Wie war es mit der Life-Work-Balance? Ein Vollblutunternehmer lässt sich da nicht hineinreden. Er war ein Simultanschreiber. Er hat eigentlich permanent geschrieben. Er hat eine neue Management-Regel, do one thing at one time, gerade nicht befolgt. Er hat immer verschiedene Baustellen gehabt. Er hat sich immer von der einen Arbeit mit der anderen erholt. Er hat eigentlich nie Urlaub gemacht. Obwohl er ja verheiratet war und drei Kinder hatte. Reise ohne Frauen und Familie, sonst werden sinnlose Ferien draus. Das ist die Devise, die ich daraus abgeleitet habe. Und am Ende natürlich, du bist deine Mission. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus